Willkommen zu einem neuen Part von Mario, ne Super Mario Galaxy 2, das Super habe ich vergessen. Wir machen heute weiter, wir haben sowieso eigentlich schon Zugriff auf das Finale von Welt 1, allerdings haben wir noch nicht alle Sterne gesammelt, aber es gibt auch nur einen Stern in der Wartewolken Galaxie. Oh, das wusste ich nicht, dann kriegen wir wahrscheinlich das Finale der Welt 1 heute noch hin. Da unten wartet noch ein Level auf uns, was wahrscheinlich auch nur einen Stern haben wird, würde ich mal schätzen. Mal gucken, Schwerkraft Chaos Galaxie, aha, ich glaube es ist sogar neu hier in Super Mario Galaxy 2, was auch nochmal häufiger vorkommen wird, aber auch ein cooles System beinhaltet. Die Schwerkraft fordert ihren Tribut, so heißt zumindest das Level und ja gut, Schwerkraft ist wirklich nicht immer gerade das, was man unbedingt braucht. Aber gut, hier ist die Schwerkraft ordentlich durcheinander geraten. Da sind wieder Toad-Schiffe und wir gehen gleich in eine Röhre hier hinein. Ist eine 2D-Passage und ja, hier gibt es gleich mal ein paar Sterneteile, die ich da holen möchte. Hallo, ich möchte da runter mit ein Zeiger, danke sehr. Ja, ich sitze jetzt noch ein bisschen zu nah am Bildschirm, bitte ich kann die Renner hier nicht ganz so ergreifen. Aber gut, ist jetzt aber auch nicht schlimm. Hier drüben, gibt es was? Aha, da kam ich auch noch ein Glück ganz gut ran, ein paar Sterneteile. Jetzt will ich da rüber zum Toad. Mein Suchtrupp wartet unten. Okay, sehr schön. Dann immer weiter runter, immer weiter runter. Hier runter. Und dann gibt es da ein Hebel. Bei diesem Toad hier. Wofür dieser Schalter wohl da ist? Das werden wir jetzt hier rausfinden. Mit einer Stammattacke. Aha, Münzen. Sehr, sehr schön. Moment mal, wegen Stammattacke. Mir fällt da gerade was ein, ich will mal was kurz probieren. Ich glaube, es gab mal ein, es gibt hier ein spezieller Move, der aber, den ich jetzt hier nicht ganz hinkriege. Na gut, vielleicht, oder warte, warte. Gleich hier schütteln und dann, ja genau, diese Kombination. Ich, an sich ist das jetzt nichts, was man unbedingt braucht, aber trotzdem ganz cool hier zu haben. Nice to have to gesehen. Und nun kommen wir in einen Bereich, der mit Schwerkraft zu tun hat. Und ich springe auf den Herrn drauf. Ich wollte eigentlich zuerst noch schütteln, aber das war zu spät. Gut, und jetzt sind wir, na toll, sind wir auf dem Kopf. Und dementsprechend ist die Steuerung auch sehr ungewohnt, aber sollte uns hier nicht aufhalten. Und wir kriegen hier ein Item, welches man schon aus Super Mario Galaxy 1 kennt und sowieso schon aus anderen Mario-Spielen kennt. Das ist wohl das älteste Item überhaupt, neben den Pils. Ja, es ist auf jeden Fall, zumindest von den Mario-Spielen her, Schüttler als Feuer-Mario, die wie für Medienung, um Feuerbälle auszusenden. Ja, und wenn wir das hier relativ schnell alles schaffen, dann schalten wir hier ein paar Secrets frei. Daher schön hier alles zerstören. Haben wir fast geschafft. Gut, hier ist ein Wunderpils drin, da eine Minze, da hinten auch. Und da ist eine Röhre, die wir wohl freimachen mussten. Aber hier spawnt sowieso eine neue Feuerblume, also wir hatten auch genügend Zeit. Was ist hier dann drin? Eine Röhre, eine Röhre. Oh nein. Oh nein. Ich gehe hier wieder raus, wir gehen nachher wieder hier hin. Es ist eine kleine Challenge, die man machen muss. Die es auch zwei oder dreimal hier im Spiel gibt. Die nicht ganz so einfach ist. Aber ich denke mal, das wird hier noch das Einfachste der Challenges sein. Später wird es wirklich frustrierend und schwierig. Aber gut, wie gesagt, darum kümmern wir uns nachher. Ich möchte erstmal die ganz normale Aufgabe abschließen. Den Weg nachher werde ich rausschneiden dorthin. Damit wir dann da auch ein bisschen Zeit sparen. Gerade dann Zeit für einen Bosskampf. So, dich hier mal besiegen. Ein paar Sternteile kriegen. Und nun geht es weiter. Wieder richtig rum. So wie gesehen. Na, immerhin. Dann waren wir hier mal runter. Da oben gibt es... Okay, da gibt es was. Aber wie komme ich denn da oben hin? Na gut, hoch kann ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, da hätte ich einfach besser reagieren müssen. Naja, egal. Dann hier hin. Nun spielt man schon ein bisschen mehr hier mit der Schwerkraft herum. Äh, das war sehr, sehr dumm von mir. Ähm, das war jetzt auch ein bisschen dumm. Aber gut. Ich war es mir halt heute mal wieder ein bisschen schwieriger als es ist. Kennt man ja nicht anders von mir. So, jetzt aber hier Ruhe bewahren. Ganz in Ruhe. So. Fall bloß nicht hoch. Es sieht gefährlich aus. Ne, das habe ich nicht geplant hochzufallen. Wo hochfallen geht ja, aber runterfallen. Gut. Jetzt dürfen wir nicht hochfallen. Und übrigens, äh, diese Gegner hier. Wenn dann die Schwerkraft geändert wird, ist dann dementsprechend die Spitze auf der anderen Seite. Und sie sind damit angreifbar. So, da ist noch ein Warn-Up-Pilz, den ich gerne haben möchte. Danke sehr. 17 Warn-Ups. Ja, gut. Ich nehme jetzt diesen Part auch direkt hinter dem letzten Part auf. Bedeutet, da ja wurden auch die Warn-Ups nicht zurückgesetzt. So, hier kommen Chomps wieder raus. Kettenhunde. Oder Chomps sind ja einfach nur diese hier. Und Kettenhunde sind die mit der Kette. Soweit ich weiß. Gut. Dann geht es hier weiter. Und es fehlt noch die Kometenmünze. Ach, da ist sie ja. Ja, moin. Gerade erwähnt. Äh, wir müssen hier einen klugen Wandsprung machen. Warte, ich warte kurz. Warte kurz. Jetzt hier und zack, haben wir so. Gerade angesprochen und dann war die Kometenmünze da. Vielleicht hatte ich auch noch im Unterbewusstsein die Info. Da ist sie. Da ist sie. Und nun kriegen wir auch hier offiziell die Feuerblume zu Gesicht. Damit können wir halt die Kisten hier zerstören. Die Kristalle zerstören. Und ja, anders als in den Mario-Bosch-Spielen ist das hier wie gesagt auf Zeit. Aber gut, hier gibt es eh die nächste Feuerblume. Mal ein bisschen jetzt hier hinne machen. Ich zerstöre erstmal die Kisten dort rechts. Weil da ist eh eine neue Feuerblume. Aber wir haben auch alles gut zeitlich hinbekommen. Wunderbar. So, Sternteile erstmal hier einsammeln. Und weiter geht es. Nun ist es vorbei mit der Schwerkraft. Ja, jetzt sind wir wieder im 3D-Bereich. Und wir gucken so hässlich von oben runter. Aber gut. Muss auch mal sein. Ist halt die Perspektive des Levels. Aber ich glaube, es kommt noch eine Schwerkraft-Passage. Zumal man ja auch noch den Stern im Einblender gesehen hat, wie er in einer Schwerkraft-Passage zu finden ist. Naja, und da muss ja noch was kommen. So, ich hol mir erstmal kurz hier die Münzen. Mario ist halt geldgeil. Kann man halt nicht einbauen. Zack, weg mit dir. Hier rüber. Du hier weg. Ja gut, dir eine Münze lassen wir dann doch mal liegen. So, du hier weg. Und nun wird es schwieriger. Aber ich höre schon leicht den Stern. So, wir können uns kurz hier unten ausruhen. Das ist sehr, sehr gut. Da schläft mal wieder der gelbe Tod. Äh, Tod, nicht Tod. Hab ich ja schon im letzten Part erwähnt. Dass man den immer schlafen sieht. Und jetzt muss man den Stern treffen. Was nicht ganz so leicht ist. Ich hätte auch gerne den One-Up-Pilz. Aber es ist wirklich nicht ganz einfach. Aber wenn man hier schüttelt, dann kriegt man den Stern. Und den One-Up-Pilz hab ich jetzt nicht bekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich hoffe mal, wir haben noch genügend Zeit für den Boss. Oder geschieht jetzt irgendwas anderes? Mal gucken. Oder, na gut, wir müssen ja erstmal diese eine Mission dann auch machen. Den zehnten Stern so gesehen holen. So, erstmal hier die ganzen Dinger hier einsammeln. Spielwolle gespeichert. Wunderbar. Und nun geht es hier hoch. Und hier sieht man jetzt, äh, ein Fragezeichen-Stern. Das bedeutet immer auf Siegritz hin. Dass das keine Mission an sich ist, sondern eine Mission in der anderen Mission drinne. Bedeutet, wir fliegen dorthin und gehen in den ersten Stern hinein. Beziehungsweise der Stern, der mit einem Fragezeichen ausgerüstet ist. Hier in diesem Fall ist es halt nur der eine. Und dann sehen wir uns an der orangenen Röhre wieder. So, da ist sie freigeschaufelt. Und nun gehen wir dorthin. Hallo. Wer bist denn du? Willkommen auf der Mildeponie des vorderen Universums. So viele Kissen Schrott. So langsam nimmt das wirklich überhand. Tu mir einen Gefallen und verbrenne sie so schnell du kannst. Kannst du das für mich erledigen. Ja, wir kriegen jetzt ein Zeitlimit. Und wir müssen sie alle verbrennen. Und wenn wir es schaffen, kriegen wir einen Stern. Alles klar. Ich überlasse dir das. Und let's go. So, alle in einer bestimmten Zeit. 20 Sekunden haben wir Zeit. Die erste Mission ist noch relativ machbar. Man muss halt auch bedenken, dass die Feuerbälle nicht gleich zerstört werden, wenn man eine Kiste berührt. Also man kann hier mehrere Kisten gleichzeitig zerstören. Und ich glaube, ich habe das erste Mal jetzt hier auch schon verhauen. Oder? Die da hinten noch? Doch, wir kriegen sie sehr schön beim First 3. Aber ich kann euch versprechen, die nächsten, das wird sehr schwierig werden. Oh, vielen Dank. Das sieht super aus. Nun zu meinem Teil der Abmachung. Hier hast du deinen Power-Stern. Meine Güte, wenn doch nur alle so fleißig wären wie du. Ja, danke sehr. Vielen, vielen Dank. Und nun holen wir uns den Stern. Dö, dö. Unser erster Secret-Stern. Überrascht mich, dass er erst hier wirklich in der letzten Galaxie von Welt 1, unser erster Secret-Stern, auftaucht. Weil ich habe schon häufiger mal nahe geguckt. Aber in anderen Galaxien habe ich nichts gesehen. Ich habe das übersehen. Das kann natürlich auch sein. Und die Galaxie ist komplett. Aha. Eine silberne Krone nun auf. Das sieht man dann hier auch nochmal die silberne Krone. Das heißt ja, hier muss überall noch was passieren. Und ich glaube mir, passiert wirklich noch was. Wir machen aber hier erstmal weiter. Was dann auch alles passiert, das werden wir später noch erfahren. Raumschiff Mario kann jetzt noch weiter fliegen zu Bowser Juniors Flammenflotte. Auch hier gibt es eine Kometen-Münze, die wir dann einsammeln wollen gleich. Aber erstmal hierhin. Kalakarambulus Bauchrenkur. Und wie es für ein Bosslevel, ja, typisch ist, gibt es hier auch ein Bosskampf. Und ich muss euch sagen, ich hatte damals so eine riesige Probleme bei diesem Bosskampf. Ich empfinde den einer der schwersten Bosskämpfe überhaupt hier. In diesem Spiel. So war mein Empfinden damals. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Aber was ist mit euch, Nia? Hallo? Aha, wenn ich schüttel, dann geht ihr auf den Kopf und ich kann euch angreifen. Sehr, sehr schön. Und ich finde die Castles oder halt die Boss, also die letzten Level von Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2, finde ich mega brillant. Schon im ersten Teil und halt auch um einiges qualitativer als in den News bei Mario Bros. Spielen. Zumal, ihr werdet sehen... Oh, die Commitments? Nice. Ihr werdet sehen, es sind hier nämlich nicht die Koopalinge, die hier aufkreuzen und Bossgegner sind. Sondern andere Gegner. Aber dazu dann später beim Bosskampf mehr. Wir wollen erstmal das große Tor hier eröffnen mit Bowser Juniors Gesicht da drauf. Bowser Junior. Ja, okay. Dann geht es weiter. Rechts und links gibt es nochmal ein paar Münzen, wo wir uns heilen können. Brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen hier in den Sternenring und hier gibt es einen Checkpoint. Wenn wir in die Lava fallen, sind wir nicht gleich tot. Nicht so wie in den News bei Mario Bros. Spielen. Sondern wir verlieren einen Kraftpunkt und werden dann dementsprechend nach oben fliegen. Brauchen wir euch diese waghalsigen Dinger hier. Ich kann das doch mit der Bi-Ferminierung holen. Ich weiß es nicht. Hier gibt es Kamek. Den haben wir ja schon mal in der Yoshi-Ei-Galaxie gesehen. Der holt ja Goombas hervor. Gut. Und weiter geht es. Dort gibt es einen Maxi-Pilz. Der ist ja noch relativ offensichtlich und einfach zu holen. Später wird er versteckt sein. Aber hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Und nun geht es los. Da ist Bosa Junior. Okay, Bauchringe, das könnte ein Tipp sein. Was kommt denn da jetzt auf uns? Boah! Alter, krass. Ja! Und hier gibt es spezielle Gegner. Was ich halt mega nice finde. Aber wird es auch in jeder Welt so sein? Das möchte ich euch jetzt noch nicht verraten. So, wie bekämpfen wir ihn? Bosa Junior meinte ja was von Bauchringen. Und die besitzt er. Hier diese roten Teile. Die müssen wir anscheinend treffen. Aber dazu müssen wir erstmal eine gute Situation abpassen. Wenn ihr hier reingeht, dann können wir sie treffen. Und gleich nochmal. Drauf da, drauf da, drauf da. Wir haben die ersten drei Ringe zerstört. Das war ja noch einfach. Nur jetzt wird es schwieriger. Und hier habe ich damals immer viel gefällt. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier sein wird. Gibt die ganzen Sternteile her. Weil der kommt einem sehr, sehr nahe, wie man sieht. Ja, und ich finde es halt voll cool, dass es hier nicht die Koopa-Linge gibt, wie zum Beispiel in den Newsman Mario-Baus-Spielen. Und jetzt wird es hier mir ein bisschen eng. Wann kommen die Bauchringe? Ich brauche die Bauchringe. Da war einer. Einer haben wir zerstört. Nice. Und den letzten, also den sechsten haben wir leider nicht bekommen. So. Wow. Nein, der hat uns wieder getroffen. Schade. So. Bauchring. Nice. Und. Da haben wir ihn. Ist er besiegt? Ja, geil. Also ich hatte damals, wie gesagt, wirklich Probleme bei dem. Aber gut. Jetzt ist man ja auch ein paar Jahre älter. Ein paar Jahre erfahrener. Glaubt mir. Es ist nicht der einzige etwas schwieriger Boss. Ich denke mal, wir werden bei anderen Bossen auch noch zu tun haben. Ich möchte hier volle Leben haben. Daher mal kurz hier so. Danke sehr. Und erscheinen tut ein großer Stern. Und ich finde die auch so schön. Großen Stern erhalten. Und zusammen mit dem großen Stern sind wir wieder zum Raumschiff geflogen. Und das gibt uns jetzt so viel Energie, dass sich ein Wurmloch bildet. Ein Welten-Tor. Ja gut, Wurmloch finde ich cooler. Der Name. Eine weitere Kometen-Münze, Sternenteile, kennt man alles. Du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, in die nächste Welt anzusteuern. Auf der Suche nach dir kostbaren Personen sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen. Weiter. Auf geht's. Auf durch Raum und Zeit in eine unbekannte und noch unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Das machen wir. Und nun geht es los. Wir drehen das Ruder und steuern direkt auf das Wurmloch zu. Ab in Welt 2. Neue Galaxien, neues Leben und neue Zivilisationen erwarten uns. Und da ist sie. Mit richtig coolen Galaxien. Wow, sieh dir das mal an. Eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Power Sterne. Volle Kraft voraus. Du bestimmst den Kurs. Und wir haben sogar noch Zeit für ein weiteres Level. Hier in der Puzzle-Planken-Galaxie. Wollen wir uns noch den ersten Stern holen. Bevor wir den Part halt beenden. Das Geheimnis des Bilderrätsels. Und wie fandet ihr den Boss? Also ich fand den schon cool. Gut war jetzt auch vielleicht ein kleines bisschen Glück, dass wir das jetzt auch so easy hinbekommen haben. Ich weiß es nicht ganz. Aber ich finde ihn trotzdem mega cool. Tolle Idee. Und nochmal ein weiterer positiver Punkt für Super Mario Galaxy 2. Aber in Super Mario Galaxy 1 gab es ja auch coole Bosse. Ich kann mich zwar nicht an jeden jetzt erinnern. Aber ja. So, hier in diesem Level ist die Stampfattacke sehr, sehr wichtig. Erkennt man halt auch immer an diesen Zeichen. Damit können wir hier jetzt Secrets offenbaren. Wie zum Beispiel hier. Und ja. Dann betätigen wir mal hier die Stampfattacke. Dann kommen wir hier runter. Und hier sind Wickler. Die wir ganz easy mit einer Stampfattacke besiegen können. Tut mir schon irgendwie fast leid. Weil da denke ich zum Beispiel an Wickler aus Paper Mario Sticker Star zurück. Der arme. Aha. Wenn wir hier das betätigen, kommen Noten. Und hier spielt natürlich eine bekannte Musik. Ich weiß allerdings nicht aus welchem Spiel diese Musik stammt. Tut 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 tut. Ich weiß es nicht. Woher kommt die Musik? Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mehr wisst, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. So. Nun hier nochmal ein paar Münzen. Ich versuche natürlich auch jedes Secret zu erkunden. Hier gibt es den Sternenring. Womit wir dann auch weiterkommen. Und hier links letztendlich ein paar Sternteile. Ja, war ja klar. Gut. Wir wollen weiter. Und hier gibt es den nächsten Sternenring, den wir leider nicht erreichen können. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und hier sind Kettensägen, die wir nicht berühren wollen. Also es könnte schmerzhaft werden. Daher lasse ich es mal lieber. Was ist denn hier oben? Einerseits eine Röhre. Moment mal. Ah ja, erkläre ich. Mir fällt gerade was auf, aber erkläre ich gleich. Wir wollen erstmal hier die ganzen Münzen einsammeln. Auf Zeit. Daher schnell beeilen. Eine Münze auslassen ist keine Option, wollte ich gerade sagen. Da haben wir sie schon ausgelassen. Aber wir kriegen es super trotzdem auch hin. Oh ja, wirklich easy. In der Zeit. Gut, hier gab es nichts weiter. Und hier gibt es einen Gourmet Luma. Den man mit Münzen bezahlen muss. Allerdings werden wir den jetzt noch nicht bezahlen. Das werden wir entweder noch in diesem Part machen. Kommt drauf an, wie schnell wir jetzt hier durchkommen. Oder im nächsten Part. Und was ich gerade sagte mit Moment mal. Wir hatten doch schon mal einen Gourmet Luma im letzten Part gesehen. Und zwar in der Wolken Galaxie. Dann sagte ich ja, den werden wir wahrscheinlich im zweiten Level sehen. Aber um ehrlich zu sein, den Gourmet Luma haben wir ja jetzt nicht nochmal gesehen. Ich habe auch an den gar nicht mehr dran gedacht. Um ehrlich zu sein. So, du hier weg. Hier gibt es ein paar Münzen. Und wir müssen das hier nach unten stampfen. Und wie man es relativ easy erkennen kann. Weil dann kommen wir auf der anderen Seite weiter. Ihren Weitsprung. Gut, Weitsprung bringt hier vielleicht nicht ganz so viel was. Aber gut. Nun geht es hier hin. Und nun geht die Kettensägen-Action weiter. Denn nun wird das Ganze hier abgesägt. Und guck da hinten. Die Sternenmünze. Äh, die Gourmetenmünze. Können wir uns noch retten? Nein! Du prallst ab, Mario. Ist das dein Ernst? Und nun sehen wir den ersten richtigen Tod. Die anderen zwei Tode waren ja ein bisschen unnötig. Aber das war der erste richtige Tod. Und diesmal machen wir es hier mal ein bisschen schneller. Die Kometenmünze will ich halt haben. Und da sieht man auch, wenn man die Kometenmünze einmal eingesammelt hat und stirbt. Die wird nicht gespeichert. Es sei denn, man kommt an einen Checkpoint vorher noch vorbei. Der noch nicht ausgelöst wurde. So, wie ihr sehen. Bedeutet, man verliert wirklich alles außer Sternenteile, die man im Nervé gesammelt hat. Wenn man halt, äh, stirbt. Aber hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal so erwähnt. Außer mit den Dingen, 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 Dingen. Nein! Nein! Ich bin da gegengelaufen. Das war so dumm. Ach man. Das heißt, wir können das hier nochmal machen. Ja, ich, ich laufe hier aber auch. Äh, sorglos hier herum. Also das ist aber auch schon ein bisschen zu krass, finde ich. Aber dass ich da eben einfach gegen die Ketensäge gegengelaufen bin, das war mega dumm von mir. Aber gut. Wir hatten an sich wenig Fades bisher. Daher muss es heute auch mal hier so sein. So, hier mal schön landen. Hier weiter, weiter, weiter. Bisschen schneller hier voran. Diese blauen Dinger sind, glaube ich, auch nervig, weil die sich an uns anheften wollen. Okay, ja gut. Dann besiege ich den halt nicht. Hier muss ich jetzt eine Stammattacke ausführen. Und dann geht's weiter. Hier gibt es ein Gommiloma, wo wir 30 Sternteile bezahlen können für einen Maxi Püls. Ja, den nehme ich doch gerne. Zack. Wenn man das hier schon angeboten bekommt, bezahle ich diese 30 Sternteile gerne. So, nun, das Geheimnis des Brüderrätsels. Hier ist die Aufgabe, ja. Und hier ist es sehr gut. Das ist ja relativ easy. Mal hier mal ein bisschen zurechtrücken. Nummer 1. Dann da hinten gibt's noch was. Also das sollte, denke ich mal, jeder hinkriegen. Oh, was war denn das gerade? Wir haben zweimal hintereinander das in den Boden gestampft. Das folgt, glaube ich, nicht so vom Spiel gewollt, oder? Nee, eigentlich kann man nur einmal. Na gut. Und nun ist das Bild komplett. Und da kommt ein Käfer. Zwei Käfer. Eine Mutter und ihr Kind, so gesehen. Ja, nice. Komm, dann bringe ich mal das Kind um. Na gut, die Mutter ist dann ganz schön wütend, aber Pech gehabt. Da muss die Mutter einfach mal durch. Sie war keine gute Mutter. Daher musste ich das Kind ihr leider wegnehmen. Und das ging leider nur, indem ich das Kind külle. Und die Mutter dann anschließend auch. Naja. Wir haben hier für Unruhe gesorgt. So muss das sein. Und wir können den Stern an uns nehmen. Ja. Und um diesen Gourmet-Luma kümmern wir uns im nächsten Part. Was ich gleich noch gucken möchte, ist bei der Wolkengalaxie. Ob wir da vielleicht doch irgendwie was übersehen haben. Oder es kommt noch. Ja, man sieht hier in Welt 2 auch einen anderen Hintergrund. Hat man gerade gesehen. Anders als in Welt 1. Finde ich auch ein cooles Detail. Und wir können zwei weitere Galaxien bereisen. Ja, nice. Aha, was willst du? Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir mal an. Das machen wir gleich noch. So viel Zeit muss sein. Und zwar kann man jetzt, nämlich unten links. Oder halt, du gehst gleich hier rein. Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kauf der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du so weit bist, Steuermann. Ja genau, man hat jetzt die Schaltfläche hier unten links. Ne, oben rechts war das. Weltenkarte und so können wir dann direkt zwischen den Welten herumreisen. Oder man nimmt den langen Weg. Gut, gab es hier wirklich nichts. Hier gibt es wirklich nichts. Okay, dann kommt das wohl noch. Und zwar dann im nächsten Part. Ich nehme hier die paar Sternteile mit und gehe wieder zurück zum Raumschiff Mario. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017